Musik Mein Name ist Mareike Weisenfels, ich bin Sozialpädagogin. Als Jobcoach habe ich die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler zu unterstützen in ihrer beruflichen Orientierung und in ihrem Weg einfach in den beruflichen Alltag. Das Projekt Jobcoach mit der Bodelschwingenschule gibt es seit 2012 und zwar angelegt, dass wir den Jobcoach mal ein Jahr finanzieren. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass das Projekt aber noch mehr Anschub braucht, dass wir die Arbeitgeber und auch die Schule mit deutlich stärker integrieren. Dass wir von uns gesagt haben, wir wollen das insgesamt drei Jahre fördern. Die Bodelschwingenschule ist eine Schule für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und körperlich-motorische Entwicklung. Wir versuchen über den Jobcoach einfach Möglichkeiten anzubieten, dass die Jugendlichen Erfahrungen sammeln können auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, um zu erleben, wie ist Arbeit, was passiert dort, was muss ich alles können, um einfach auch den Bezug zur Lebensrealität herzustellen. Die Schüler werden durch die Bodelschwingenschule mir zugeteilt und ich starte dann mit Seminaren und Schulungen mit den Schülern. Da geht es darum, berufliche Interessen herauszufinden, Eignungen, Neigungen und Fähigkeiten des Schülers herauszuarbeiten. Und dann geht es eigentlich schon ganz konkret los, Praktikumsplätze zu finden, zu akquirieren. Und auch im Laufe des Praktikums schaue ich dann immer wieder zu den Schülern, bespreche mit ihnen vor Ort die Tätigkeiten, begleite direkt am Arbeitsplatz. Nach einem Praktikum geht es dann auch nochmal um die Auswertung zu besprechen, wie war das Praktikum. Oder gibt es auch in dem Betrieb vielleicht die Möglichkeit, das Praktikum fortzuführen über einen längeren Zeitraum? Die Schüler sind immer sehr stolz, wenn es gelungen ist, dass sie zum Beispiel einen Arbeitsplatz bekommen haben auf dem ersten Arbeitsmarkt. Es steigert natürlich unheimlich das Selbstwertgefühl und die Möglichkeiten dann hinterher in der Gesellschaft Teil zu haben.